Hab schon eine gekriegt, gleich wird's da sein. Gar nicht nötig, ich hab schon selbst dafür gesorgt. Hier steht die Neue. Ja, meine ist auch nicht alt. Grüß die Herren da, Herr Gnaden. Ah, die da? Aha. Mir scheint ja kogettiert auf mich. Na, was stehst du denn so verdutzt? Das ist ja nicht verdutzt, ich studier grad. Was ich jetzt mit der Meinigen anfange? Das ist ganz einfach, du schickst sie fort. Ja, das ist wahr, ja, das ist, das ist einfach. Du, aber da fehlt mir was, zweifach sein, was auch nicht schlecht. Du, es wird doch dann und wann zu viel. Für eine probieren wir doch aus, welche besser kocht und die andere behalten wir dann mehr fürs Zimmer. Ah, nein, 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 das tut kein gut. Oh, du Konträuerweiberl, das... Also bitte, mir ist es am liebsten, ich bin die Einzige im Haus. Ich werde die gnädige Frau sehr gut bedienen und sie sollen ja nicht immer widersprechen, der gnädigen Frau. Hm, ja, ich hab noch was sagen wollen. Äh, was war's denn gleich? Äh, ah ja, richtig. Ah ja, richtig? Ah ja, richtig, ja, einen Hausknecht hab ich auch schon. Oh, ich weiß, du wirst ihn so gleich wieder fortschicken. Ja, was nehm denn ich die Leute nur zum Fortschicken auf? Schau dann doch zuerst an. Gar nicht nötig. Ja, mit's fällt der gnädigen Frau. Ungeschauter? Wenn man eine Frau aus einem guten Haus hat, nimmt man keine zugrunde gegangenen Subjekte ins Haus. Aber seine Zahl, seine Zahl, seine Zeugnis... Sagen freilich nichts davon. Dass er mal in großes Materialgeschäft gehabt hat. Dann ein Weinreisender geworden ist? Oder hat werden wollen? Fatal. Die wissen's alle zwei. Ein Mensch, der überdies noch mit Geheimnissen droht, die er preisgeben könnte. Siehst du, seine Verlegenheit? Alle drei Minuten wechselt er's vorab. Ah, die gnädige Frau muss sich schön aufringen über euer Gnaden. Jetzt fangt die auch noch an. Ah, meine Herren, komm, Beppi, führ mich auf mein Zimmer. Weiber, Weibi, Weibi! Wenn du schickst ihn fort, oder ich geh zur Tante. So eine Frau muss gar sanft behandelt werden. Das geht nicht, dass man so herumschreit mit ihr. Himmel, Kruzi, Türken! Türken! Wenn diese Frau nicht aus einem so übertrieben guten Haus wäre, dann möchte ich zeigen, was Nerven sind. Aber so? Leider. Aber dieser niederträchtige Muffel hat sich offenbar Anspielungen erlaubt. Und er muss ausm Haus auf der Stell.